Die Tage werden kürzer. Draußen wird es ungemütlich. Zeit für ein Kopfkino. Herzlich willkommen bei Hör mal zu und danke für dein Like. Hallo, hier spricht Hör mal zu. Aber dass von diesen letzten zwölf Ausbrechern keiner gefasst werden konnte, das ist der einzig und allein Sache des Jahres. Wozu habe ich eine Fahndungsabteilung? Wie erklären Sie sich das, Budding? Das verstehe ich auch nicht, Sir. Wie lange es früher einem Strichling aus Dartmouth zu fliehen, konnte sich nie lange versteckt halten. Irgendwie wurde er immer von den Männern meiner Abteilung aufgestanden. Warum war das bei den letzten zwölf nicht der Fall? Ganz einfach, Sir James. Diese Ausbrüche sind organisiert. Was heißt das? Man kann mir doch nicht weismachen, dass jeder dieser Leute spurlos verschwinden konnte, sobald er das Hochrand von Dartmoor erreichte. Mir auch nicht, Sir. Aber es ist so. Diese letzten zwölf gelungenen Fluchtversuche gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Alle zwölf Ausbrecher konnten bis ins Moor verfolgt werden und dann hat sie kein Mensch je wieder gesehen. Wahrscheinlich sind Sie umgekommen. Kennen Sie die Sümpfe von Dartmoor? Nein, aber die werde ich jetzt kennenlernen. Ihr Einverständnis vorausgesetzt zu hören. Dass Sie nicht in den Sümpfen umgekommen sind, beweist die Tatsache, dass jeder von Ihnen nur einmal seiner Frau, seiner Braut oder seinem Freund eine Nachricht dazukommen lassen. Und zwar in Form einer Ansichtskarte. Und nach dieser einen Nachricht hat sich keiner mehr gemeldet? Nicht ein einziger. Und jetzt kommt das Interessante. Jeder von den zwölf war Mitglied des Vereins Schmetterling. Schmetterling? Was ist denn das? Das ist ein uneigennütziger Verein, dessen Mitglieder zum größten Teil der Londoner Unterwelt angehören. Sie zahlen hohe Beiträge und erhalten für den Fall, dass Sie mal in Schwierigkeiten kommen, kostenlosen Rechtsschutz. Und wissen Sie, wer der Syndikus dieses Vereins ist? Rechtsanwalt Basil Gray. Gray? Basil Gray? Das ist doch, soviel ich weiß, ein angesehener Anwalt. Soweit ich informiert bin, ist Gray nur um das Wohl seiner Klienten besorgt. Mir scheint etwas zu viel. Meine Herren, ich habe es bereits erwähnt, der Herr Minister erwartet, dass wir diese Angelegenheit binnen kürzester Frist klären. Also, Inspektor Bulling, machen Sie mal etwas Dampf hinter die Verhandlung. Ja, Sir. Tja, Chefinspektor Cromwell, wenn ich das Morddezernat einschalten soll, brauche ich Beweise. Ich fürchte, die kann ich Ihnen bald bringen, Sir. Wie wollen Sie das anfangen? Ich werde zunächst mal da anfangen, wo die Spuren der Sträflinge aufhören. Im Moor. Können Sie Ihren Wagen nicht so hinstellen, dass man da vorbei kann? Ja, 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 ich komme ja schon. Bringen Sie mal nicht so auf. Hat ja mindestens noch ein 15-Tonner-Platz. Was machen Sie denn hier? Äh, im Moment ziehe ich meine Kamera auf. Ein ganz schönes Teleobjektiv, das Sie da dran haben. Ja, ja, das muss sein, sonst würde man von dem Haus da drüben zu wenig erkennen. Wissen Sie, ich würde ja lieber ein bisschen näher rangehen, aber man sagte mir, dass man sich hier in dem Sumpf leicht kalte Füße holen könnte. Das habe ich gar nicht gern. Wollen Sie da drüben jemanden besuchen? Nein. Sie? Sie fahren doch in die Richtung. Ich kann gar nicht begreifen, was man an dieser Landschaft hier reizvoll findet. Och, nicht eigentlich reizvoll, aber das ist ein Hobby von mir, alte englische Gemäuer zu filmen. Ich finde das ganz interessant. Ich finde, für Zuchthäuser sollte man sich nicht mehr als nötig interessieren. Ach, was Sie nicht sagen, das ist ein Zuchthaus? Das habe ich gar nicht gewusst. Machen Sie mir doch nichts vor. Können Sie mir etwa weismachen? Sie hätten noch nie was vom Zuchthaus. Da hat man gehört? Da hat man gehört? Da hat man gehört? Ah, ja. Sie müssen meine Unwissenheit entschuldigen. Ich bin erst ganz kurz hier in England. Ich komme aus Australien. Darf ich Ihnen einen Rat geben, junger Mann? Warum denn nicht? Sie sind ja älter als ich. Stellen Sie sich in London vor einen Tower oder sonst einer der vielen Sehenswürdigkeiten. Da können Sie fotografieren, so viel Sie wollen. Darf ich Ihnen auch mal was sagen? Das habe ich schon getan. Sogar das Gebäude von Scotland Yard. Kurze Zeit nachdem er das Zimmer bezogen hat, erhält er ungebeten im Besuch. Wenn ihr Ärger haben wollt, dann los. Wo ich herkomme, wird er fabriziert. Hau ab! Legt eine neue Platte auf. Möglich, dass du eines Tages mal ein Mann wirst, Kleiner. Aber das brauchst du heute noch nicht zu beweisen. Mr. Sehens! Hallo! Was ist denn Lärm? Na endlich! Mein Name ist Combe. Inspektor Combe von Scotland Yard. Da dachten Sie, der Nationalheld Oliver Combe? Der ist seit 300 Jahren tot. Also von hier aus können Sie die Städte Ihrer Führer und Tätigkeit sehen? Ja. 20 Jahre habe ich da verbracht. Ich wäre doch meinen Dienst nicht aufgegeben, wenn mir nicht das hier passiert wäre. Na ja, Sie haben ja ganz schöne Entschädigung bekommen. Na ja, das Verzugshaus zu kaufen hat es ja gereicht, will mich ja auch nicht beklagen. Die Anwälte und die Angehörigen von den Zuchthäusern sind ja eine ganz gute Kundschaft und dann natürlich das Personal vom Zuchthaus. Das Personal. Hören Sie, Sie müssen deswegen nicht hier. Sie haben ja den Ruf, einer der strengsten Aufseher in Dortmund gewesen zu sein, die es je gab. Das kann man wohl sagen. Solange ich da war, hat es keine Serie von Ausbrüchen gegeben. Es muss Ihnen an das Zuchthauses einen Verbindungsmann geben. Irgendein Aufseher, der sich bestechen lässt oder sowas. Seit diese Serie von Ausbrüchen begonnen hat, da zerbringe ich mir Tag und Nacht den Kopf, wer da wohl in Judah spielt. Sie wissen es. Die Aufseher verkehren doch hier in Ihrem Wirtshaus. Und eines Tages wird der Bursche sich verraten, wenn er noch so schlau ist. Verraten? Wodurch? Na, durch sein Geld. Wirst sich seine Dienste doch sicher gut bezahlen. Und der Verein Schmetterling, der ist nicht arm. Also, Sie wissen es. Wenn Sie merken, dass einer der Wörter über mehr Mittel verfügt, als er eigentlich haben könnte, dann... Dann gebe ich Ihnen Bescheid, Inspektor. Verlassen Sie sich doch. Äh, Miss Evelyn, würden Sie mir einen Gefallen tun? Ja. Ich kann mich doch auf Sie verlassen. Ich meine... Sie können schweigen. Ich suche einen Mann. Der letzte Sträfling, dem die Flucht aus Dartmoor gelang, war ein gewisser McRaven. Ein Freund von Ihnen? Ja. Ja, wir waren Freunde. Früher in Australien. Äh, Raymond bekam während seiner Haftzeit regelmäßig Besuch in Dartmoor. Ich nehme an, dass dieser Besucher gelegentlich hier bei Ihnen im Hotel übernachtet hat. Können Sie sich zufällig an diesen Mann erinnern? Was wollen Sie von diesem Mann, Mr. Smith? Wahrscheinlich hat er Ray-Bahn zur Flucht verholfen. Und, äh... Ja, und darum glaube ich, dass er der Einzige ist, der weiß, wo Ray-Bahn sich jetzt aufhält. Das war kein Mann, Mr. Es war eine Frau. Ray-Bahns Freundin. Sie kannten Ray-Bahn? Er war bei mir im Block D. Wollte mir das Mädel überlassen. Aber die Kleine stieg nicht ein. War ein verdammt hübsches Ding. Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Der Name ist bei der Frau das Letzte, was mich interessiert. Wer Darmor besucht, muss sich in eine Liste eintragen. Wenn Sie für mich den Namen herausbekommen könnten... Danke, Mister. Ich nehme keine Bestechungsgelder. Ich habe vor einiger Zeit eine kleine Erbschaft gemacht. Meine Kohlenstimmen. Sie reißen doch ab, wie? Ja. Warum? Es wird auch langsam Zeit. Was ist denn das? Dieser eingebildete Weiberheld. Hören Sie, Mr. Smith oder wie immer Sie auch heißen mögen. Wenn Sie eine Auskunft über einen entflohenden Sträfling haben wollen, gibt es nur einen Mann, der Ihnen diese geben kann. Rechtsanwalt Gray. Guten Tag. Ja, bitte. Sie wünschen? Äh, ich möchte gerne Mr. Gray sprechen. Bin ich da richtig? Mr. Gray ist noch im Gericht. Kann ich etwas für Sie tun, Mr... Smith. Mein Name ist Anthony Smith. Ich komme aus Australien. Ich, äh, hätte gerne eine Auskunft von Mr. Gray wegen seines Vereins... ...Schmetterling. Sie kommen aus Australien? Ja. Sie wollen Mitglied werden? Hm. Sehe ich so aus, als ob ich das nötig hätte? Miss, äh... Ich bin Joyce Trevor, die Sekretärin von Mr. Gray. Guten Tag, Mr. Trevor. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja, ja, das kann ich mir... Ich kann euch etwas vorstellen, Miss Trevor. Ich suche einen Mann namens Mac Raver. Mac. Das waren noch Zeiten. Sie kannten Mac? Was wissen Sie von ihm, Mr. Nash? Leider viel zu wenig. Aber es gibt eine Frau, die ihn oft in Dartmouth besuchte. Sie. Oh, pardon, Miss Trevor. Der riecht ja wie ein ganzer Friseursalon. Tom Fletcher. Der Bürovorsteher. Sieht eher aus wie ein Gauner im Frack. Bitte. Er hat vor Jahren eine krumme Sache gemacht. Aber Mr. Gray gab ihm die Chance, wieder ein ehrliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu werden. Hm? Wer ist das geworden? Jedenfalls hat man ihm seitdem nichts mehr nachweisen können. Ich habe ihn in Verdacht, dass er mit Rayburn zu tun hatte, als Mac ins Zuchthaus kam. Sie haben Mac doch häufig im Dartmouth besucht, nicht wahr? Wann immer es möglich war. Warum suchen Sie Mac Raver? Das ist eine lange Geschichte. Joyce, selbst darf die Gefahr ein, dass es Ihnen wehtut. Rayburn ist ein Mörder. Mac ein Mörder? Ja. Er raubte die Lohngelder der Miene und erschoss er bei den Kassengruppen. Aber dann kam sein Meisterstück. Er raute ab und hängte den Verdacht auf mich. Mr. Nash. Wie haben Sie Rayburn eigentlich kennengelernt? Durch unseren Bürovorsteher, Tom Fletcher. Ich traf die beiden einmal im Restaurant beim Essen. Hm. Und, äh, wie sind Sie zu Mr. Gray gekommen? Ich war früher Tänzerin. Ah, ja. Nicht wie Sie denken, Mr. Nash. Klassisch. Bis der Arzt mir das Tanzen verbot. Es wurde zu viel für mich. Ich verstehe. Sie mochten Rayburn gern, nicht wahr? Sie doch auch, Mr. Nash. Oder? Ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er in Australien endlich Ruhe findet und glücklich wird. In Australien? Wie kommen Sie denn auf Australien? Er wollte nach Hause, so schnell wie möglich. Er muss schon längst in Melbourne angekommen sein. Da rein verirren Sie. Er ist nie angekommen. Guten Abend. Guten Abend. Was trinken Sie? Whisky, Cognac? Ich trinke keinen Alkohol, wenn ich im Dienst bin, Mrs. Hardley. Polizei? Sie haben aber keine Angst da. Ich möchte bloß wissen, wo Ihr lieber Gatte steckt. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Wir sind nämlich geschieden. Er hat mich böswillig verlassen. Seine Zelle in Dartmoor hat er auch böswillig verlassen. Ach. Und Sie haben ihn noch nicht wieder gekriegt? Die englische Polizei ist auch nicht mehr das, was er war. Danke. Um Sie zu beruhigen. Ich bin hinter einem Schwerverwalt, Herr Herr. Kleine Delikte wie Beihilfe zur Flucht interessieren mich nicht. Also, wie Sie bestimmt nicht einseifen, zu mir können Sie offen sein. Geben Sie sich keine Mühe, Herr Inspektor. Das habe ich schon zu oft gehört. Ihr Mann hatte doch mit Rauschkiff zu tun. Ist nicht mein Ressort. Also ist er mir gleichgültig. Wenn er Ihnen so gleichgültig ist, warum fragen Sie dann so viel? Weil ich Angst um ihn habe. Sie haben Angst um ihn? Es könnte ihm doch was zugestoßen sein. Sie haben Angst um meinen Mann. Da machen Sie sich nur keine Sorgen. Der kann nämlich sehr gut auf sich selbst aufpassen. Haben Sie regelmäßig Nachrichten von ihm? Das können Sie mir doch sagen. Wenn er im Ausland ist, können wir ihm doch sowieso nichts anhaben. Ja. Für die Interpol können Sie ihm auf den Hals hetzen. Von mir erfahren Sie nichts. Eine verdammte Merrin sind Sie. Sie glauben wohl, er wird Sie eines Tages nachkommen lassen, wie? Genau das wird er. Ich kenne ihn nämlich ein bisschen besser als Sie. Hoffentlich behalten Sie recht. Ich fürchte, nur da, wo er ist, wird es Ihnen nicht gefallen. Oder wollen Sie sich in Ihrem Alter schon die Radieschen von unten angucken? Ich interessiere mich für alle Personen, die vom Verein Schmetterling Unterstützung mitziehen. Ich habe Rechtsanwalt Gray gebeten, die Geldsendungen für Rayburn einzustellen. Ich möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das wäre aber sehr unklug von Ihnen. Sie haben genug Kapital investiert, um Zinsen zu beanspruchen. Übrigens, in den Wochen vor Mac Rayburns Flucht haben Sie erhebliche Summen von Ihrem Konto abgezogen. 2000 Pfund. Das gesamte Erbteil Ihrer Mutter. Und wenn es so wäre? Ich kann mit meinem Geld tun, was ich will. Darum ist das Gesetz anderer Meinung. Übrigens, Mr. Smith, welches Interesse haben Sie eigentlich an Rayburn? Rayburn? Wer ist denn das? Ich höre den Namen zum ersten Mal. Ach, Sie und Schulz, Lämmchen. In Dartmoor Inn haben Sie Erkundigungen über ihn eingeholt als angeblicher Tourist. In London geben Sie sich als ein Kollege aus. Ah, ich sehe schon, Inspektor, Sie sind zu klug für mich. Also gut, ich... Ich kenne Rayburn. Und, äh... Vielleicht bin ich besorgt um ihn. Und warum haben Sie sich dann nicht zunächst mal an die Polizei gewonnen? Das kann ich Ihnen im Augenblick leider noch nicht sagen, Inspektor. Früher oder später werden Sie sowieso in meinem Büro erscheinen. Denn ich glaube, ich bin der einzige Mensch in England, der Ihnen helfen kann. Ach, was Sie nicht sagen. Und warum gerade Sie? Weil ich Chef der Mordkommission bin. Ein Dutzend Männer, wie vom Erdboden verschont. Und außer ein paar läppischen Ansichtsgaben haben wir nicht die geringste Spur von Ihnen. Bitte, Sir. Geben Sie mir noch etwas Zeit. Ich glaube, es ist besser, Sie verwenden Ihre Zeit dazu, sich Ihren gewohnten Aufgaben zu widmen. Meine Aufgabe ist es, Mörder zu fassen. Wollen Sie damit sagen, dass alle zwölf Verschwundenen ermordet worden sind? Genau das. Mit dieser fantastischen Behauptung stehen Sie aber wohl allein. Da bin ich nicht so sicher. Ach, Crumbell, hier ist der Akt Rayburn. Aber von einem Smith steht nichts drin. Der Freund von Rayburn hieß Nash. Guten Tag, Mrs. Simmonds. Guten Tag. Wo ist denn rechts, Herr McCray? Ich bin heute allein. Trotzdem hoffe ich, dass ich was zum Essen bekomme. Aber natürlich. Bitte. Wo ist denn Evelyn? Sieh dich vor, hörst du? Inspektor Crumbell ist hier. Er sucht einen Aufseher, der zu viele Moneten in der Tasche hat. Pass auf, sonst vertauschst du deine Uniform mit deiner Gefängniskluft. Evelyn! Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich keine privaten Telefongespräche dolde? Er hat wieder mal eine Laune. Nimm's nicht so tragisch, Evelyn. Ich werd ihn schon wieder beruhigen. Bedienung! Frau Gleit, nimm die Bedienung! Unser Möchtegern, Casanova. Mr. Gray schickt mich hier. Schon gelogen. Also gut. Ich bin deinetwegen gekommen. Hinter seinem Rücken. Vor mir markierst du den starken Mann und wenn Mr. Gray mit der Wind bezuckt, dann tust du so, als ob du mich nicht kennst. Das ist nicht wahr. Ich lasse mir keine Vorschriften machen. Das müsstest du mir erst beweisen. Indem du nicht das tust, was Mr. Gray dir sagt, sondern was ich dir sage. Zum Beispiel? Es hat da jemand einen Auftrag für dich. Dabei ist deine Menge Geld zu verdienen. Für uns beide. Und du würdest dich dann auch erkenntlich zeigen? Kennst du die Köhlerhütte im Moor? Ich hab den Schlüssel dazu. Dann zufrieden, Mr. Gray. Ich habe keinen reingelassen, der Ihnen nicht passt. Ja. Außer dir selbst. Aber Chef, wovor sprechen Sie? Von Evelyn. Von der Kellnerin aus Dartmouth. Ich hab sie nie wieder gesehen. Bestimmt nicht. Du lügst. Komm, komm. Tu dein Spielzeug weg. Glaubst du, du kannst mir da wieder Angst nachher haben? So lass ich mich nicht behandeln. Auch von Ihnen nicht, Mr. Gray. Das dauert mich mehr nötig, Billy. Was dir einen guten Rat geben von deinem Anwalt. Komm mir nie mehr unter die Augen, sonst wird es dir leid tun. Sie wollen uns schon verlassen? Mr. Cromwell, das tut mir aber leid. Mir fehlt ein nötiger Schwung zum Tanzen, wenn ich in deiner heißen Sache her bin. Sind Sie immer noch auf der Suche nach den verschwundenen Ausbrüchern? Hm, die hab ich bereits gefunden. Tatsächlich? Und wo, wenn man fragen darf? In afrikanischen Briefkästen. Sollte sein Scherz sein, Inspektor? Die Scherze nicht, wenn ich um ein Dutzend Morde handelte. Morde? Sie stellen eine kühne Behauptung auf, Inspektor. Nach englischem Gesetz gibt es gar keine Mordanklage, wenn nicht eine Leiche als Corpus Delicti vorliegt. Sie sollten Rechtsberater von Scotland Yard werden, Mr. Gray. Würden Sie mich empfehlen? Nein. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich die Gelder meiner Klienten unterschlagen habe? Das nicht. Der Kanzler weiß, dass Ihnen nichts mehr am Herzen liegt, als die Interessen Ihrer Schutzbeflogenen. Danke. Umso weniger begreife ich Ihren Leichtsinn. Was gibt Ihnen eigentlich die Garantie, dass die zwölf entflohenen Sträflinge wohlbehalten ins Ausland gekommen sind? Sie dürfen überzeugt sein, Inspektor, dass der Nachrichtendienst von Schmetterling mindestens genauso gut funktioniert wie der von Scotland Yard. Ich habe da meine Zweifel. 1.500 Pfund mal 12 macht 18.000 Pfund. Wir können Ihnen als Empfangsbestätigung für eine solche Summe ein paar lumpige Ansichtskarten genügen. Ach, Sie sind das. Was machen Sie denn hier? Oh, Mr. Cromwell, gut, dass ich Sie treffe. Stellen Sie sich vor, mein Chauffeur ist seit zwei Tagen verschwunden. Ich habe mir eben die Stellenangebote angesehen, um einen neuen zu finden. Was? Billy arbeitet nicht mehr für Sie? Ich sagte Ihnen eben doch, er ist weg. Na, hoffentlich können Sie das noch beweisen. Dass Billy nicht mehr für Sie arbeitet. Wer ist denn das? Das war ein Künstler. Er konnte Ihnen von überall in der Welt diese Ansichtskarten schicken. Ich habe zwei von meinen Leuten im Hotel untergebracht. Der eine ist Fahrstuhlführer und der andere Zimmerkellner. Beide in der Nachtschicht. Sie sind verdammt tüchtig, Fletcher. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Vor allen Dingen muss die ganze Sache ohne jede Spur von Gewaltanwendung stattfinden. Immerhin handelt es sich um die Tochter eines texanischen Ölbeginners. Ah. Und in welchem Stock wohnt die schöne Erbe? Im Zwölften. Na, wie soll ich denn da aufkaufen? Das ist Ihre Sache, Mr. Smith. Deshalb habe ich Sie hierher gebeten, damit Sie sich mit den Örtlichkeiten des Empire Hotels vertraut machen. Ich will Ihnen mal was sagen, Fletcher. Ich überlege mir die ganze Geschichte nochmal. Außerdem möchte ich mich erstmal hier ein bisschen umsehen. Ich rufe Sie heute Abend an. In Ordnung? Ich warte bis 10 Uhr. Gut. Sie können mich unter dieser Nummer erreichen. Klar. Wer ist da? Ich bin's. Ebeni. Hast du nicht Hunger? Ich habe den ganzen Tag ein bisschen runteröl gekriegt. Nerven? Lange bleibe ich nicht mehr in diesem Loch. Die Zeitungen machen mich verrückt. Ich war mir über nichts anderes als über diesen verdammten Papierhändler. Beruhige dich. Du bleibst nicht mehr lange hier. Außerdem hat der Chef einen neuen Auftrag für dich. Du wirst nach Plymouth fahren. Hör zu. Inspektor Cromwell erklärte unserem Reporter, dass es sich wahrscheinlich um ein Raubmord handele. Das Opfer hatte die Gewohnheit, im Hinterzimmer seines Ladens größere Geldsummen aufzubewahren. Na siehst du? Nicht einmal der berühmte Cromwell ist so klug, wie er denkt. Machen wir uns doch nichts vor, Inspektor. Es gibt nur eine Möglichkeit, das ganze Rätsel zu lösen. Ach, da bin ich auch gespannt. Und die wäre? Das werde ich Ihnen sagen. Es muss jemand aus Dartmouth ausbrechen. Jemand, der es nur zu dem Zweck tut, um die Mittelsmänner festzustellen, die geheimen Wege... Und auch die tödlichen Gefahren, die haben Sie nämlich vergessen. Glauben Sie etwa, ich hätte einen solchen Plan noch nicht erwogen? Das ist unmöglich. Ich kann keinen meiner Leute einem solchen Risiko aussetzen. Zwölf mussten wahrscheinlich schon dran glauben und 13 ist eine Unglückszahl. Ich bin nicht abergläubig. Sie? Sie spielen da mit einem erschreckenden Gedanken. Ich wusste gar nicht, dass der eiserne Cromwell schreckhaft ist. Für einen solchen Wahnsinn würde ich nie die Verantwortung übernehmen. Also bitte vergessen Sie jedes Wort, das zwischen uns gesprochen wurde. Schon vergessen. Auf Wiedersehen, Inspektor, und vielen Dank für das Abendessen. Ach, ähm... Hoffentlich werden Sie heute nicht mehr in Ihrer Abendruhe gestört. Das würde mir leid tun. Nein, 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 das ist noch nicht alles, Tom. Sie haben noch eine Kleinigkeit vergessen. Und Sie bestehen also wirklich darauf? Na, was denken Sie denn? Ohne Vorschuss kletterere ich nicht mal bis zum Partei. Na ja, Sie riskieren nur Zucht aus. Aber ich riskiere immer meine Knochen. Das ist eine ungewöhnlich hohe Summe für... Na, wenn Sie sie nicht zahlen wollen, dann steigen Sie doch selbst bei der Rivera ein. Na, schon gut, schon gut. Danke. Alles in Ordnung, Chefinspektor? Ich glaube schon. Äh, nein, 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 noch nicht ganz. Hier. Vorsicht, das ist geladen. Tut mir leid, dass ich Sie bei Ihrer Nachtarbeit störe. Ich habe Sie gewarnt. Jetzt werde ich Ihnen nicht mehr helfen können. Oh, das machen wir jetzt, Inspektor. Ich werde mir schon selbst helfen. Bitte. Ich werde dessen nicht so sicher sein, Mr. Nash. Nash lässt sich kurzerhand ins Gefängnis von Dartmoor einschleusen. In den Hochsicherheitsfrakt. Sie sind richtig informiert, Mr. Wood. Ihr Tony ist heute Morgen in Dartmoor eingeliefert worden. Er ist unschuldig. Sie müssen mir glauben. Er ist auf frischer Tat ertappt worden. Das Gericht hat ihn verurteilt. Aber Tony ist nicht wie McRaeburn. Es ist wahr, die beiden waren Freunde. Aber wenn man sie näher kennt, es gibt kaum zwei Männer, die verschiedener sind. Ihr Tony ist ein verdammter Dickschädel. Wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat, dann ist er nicht davon abzubringen. Ich habe ihn gewarnt. Aber er wollte ja nicht auf mich hören. Sie glauben also auch an seine Unschuld? Was ich glaube, steht überhaupt nicht zur Debatte. Ich persönlich kann gar nichts für ihn tun. Meine Hände sind gebunden. Die Dinge müssen jetzt ihren Lauf nehmen. Ach, Fletcher. Sie haben sie natürlich wieder mal an Druckposten verschafft, oder? Bessere Leute haben überall ihre Stellung. Ruhe da! Sprechen ist hier verboten. Hey, Smith. Ja. Ritchie, er hat Besuch. Für ihn runter. Ist der da hin? Dieses Geld ist aus meiner Rückversicherung gedacht. Soll ich gefresst werden, bitte ich Sie am Tage meiner Einlieferung nach Daten? Naja, ich habe meinem Rechtsanwalt genügend Geld geschickt, damit er die Gebühren bezahlen kann. Weißt du? Ich hoffe, du hast Glück, Tony. Bestimmt, Charles. Mach's gut. Sie glauben also, dass der Mord an dem Papierhändler mit den verschwundenen Sträflingen zusammenhängt? Ich bin davon überzeugt, Sir. Dieser Enderkot wurde in dem Augenblick zum Schweigen gebracht. Als Sie ihn befragen wollten? Nein, Sir. Als Rechtsanwalt Gray ihn befragen wollte. Ich hatte Gray doch den Flur ins Ohr gesetzt, dass die Postkarten aus Afrika fingiert sind. Ja. Und er wollte sich natürlich überzeugen, aber er kam zu spät. Und Sie glauben immer noch, dass die Ausbrecher ermordet worden sind? Ich bin fest davon überzeugt. Und dass Gray damit zu tun hat? Ja, zumindest hilft er den Sträflingen bei der Flucht. Gray ist kein Dummkopf. Wenn auch er den Verdacht hat, dass seine Flüchtlinge umgebracht worden sind, wird er doch versuchen herauszubekommen, wer die Burschen umgelegt hat. Meiner Ansicht nach wird Gray jetzt herausfinden wollen, ob die Flüchtlinge überhaupt an Bord eines Schiffes gebracht wurden. Hat er denn in der letzten Zeit einen Seehafen aufgesucht? Nein, bis jetzt noch nicht. Er braucht sicher einige Zeit, um den Namen dieses Kontaktmannes rauszukriegen. Aber verlassen Sie sich drauf, Sir. Ich kenne dich doch. Ja, natürlich. Aus dem Wirtzhaus darf man er in. Durch unsere gemeinsame Freundin Evelyn. Aha. Geister Smith. Dein Name gilt hier nicht. Hier bist du deine Nummer. Auch wenn du damals mit dem Geld herumgeworfen hast. Ihn konnte ich ja damit nicht imponieren. Sie hatten ja selber Kohlen im Überfluss. Schnauze! Ein einziges freches Wort. Und? Ist das hübsch? Ich meine, wovon handelt es? Von Afrika. Besonders das dritte Kapitel ist interessant. Danke, Sir. Montagnachtwäscherei. Dachlukelocke. Seil mit Haken umbinden. Genauer Zeitpunkt Postenwechsel am Korridor. Um 22 Uhr. Was ist denn das hier für ein Gequatscher, hm? Was hat denn da für eine interessante Lektüre? Zeig mal her. Das Buch waren Sie sehen? Natürlich das Buch. Was denn sonst? Zeig mal her. Au, Mensch! Sind Sie wahnsinnig geworden? Wieso, scheiß Bücher? Trauben alle nichts hier? Mein lieber Freund, das bringt dir acht Tage dunkelhaft ein. Verstand? Ach, Mensch! Dat Muin? Ja, ich bin's. Rechtsanwalt Grehe? Warum soll ich verschwingen? Es läuft alles bestens. Warum sind Sie so aufgeregt? Ist mir's? Ja, ich verstehe. Der nächste Sträfling, der abhauen soll. Hören Sie, Evelyn. Ich mache Sie dafür verantwortlich, dass alles... Bis später. Mr. Gray, Sie wünschen? Wir kommen von Scotland Yard. Der Lord Oberrichter hat die Auflösung des Vereins der Schmetterling verfügt. Sämtliche Akten und Sachwerte sind beschlagnahmt. Ich hätte noch einen dringenden Anruf zu erledigen. Wir müssen Sie leider bitten, mit uns zu kommen, Mr. Gray. Was ich höre, das höre ich. Sie hat mit den Ausbrüchen der Sträflinge zu tun. Evelyn? Oh, Quatsch. Ich stecke mit Rechtsanwalt Grehe unter einer Decke. Ich habe es ganz deutlich gehört. Evelyn! Evelyn, kommen Sie mal rauf! Das ist doch Unsinn. Da haben wir nur Ihre Liebesgeschichten kommen. Ich kann es doch selbst kaum glauben. Aber es ist kein Zweifel möglich. Sie wünschen, Mr. Simmons. Kommen Sie rein. Mit wem haben Sie eben telefoniert? Mit meinem Verlobten. Sie lügen! Es war Rechtsanwalt Gray. Sie unterhielten sich über einen Mann, der fliehen wollte. Aber aber, Mrs. Simmons, Sie haben doch nicht etwa gelauscht. Es geschah ohne meine Absicht. Dann müssen Sie mich falsch verstanden haben. Ich habe mit meinem Freund ein geimes Rendezvous vereinbart. Sie leugnen noch? Ruhe! Ich stelle hier die Fragen. Wer ist Ihr Freund? Jedenfalls keiner von den Kerlen, die hier herumlaufen. Er hat... Ich will seinen Namen wissen. Dazu haben Sie kein Recht. Solange ich hier meine Arbeit tue, kann ich mich treffen, wann und wo und mit wem ich will. Wenn Ihnen das nicht passt, suchen Sie sich ein anderes Schankmädchen. Und diese Person habe ich immer in Schutz genommen. Wenn sie uns erst wegläuft, dann stehen wir ohne Kellnerin da und du bist schuld daran. Ich? Na, wer denn sonst? Wenn du die Ohren besser aufgesperrt hättest, dann wäre uns der ganze Streiter spart geblieben. Was denn? Du glaubst ihr und nicht mir? Weibergeschwätz. Sie ist ein Flittchen und du bist eine neugierige Klatschbarge. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich möchte doch lieber gleich gehen. Ich habe das Gefühl, ich komme hier etwas ungelegen. Ganz im Gegenteil, Nessis. Wann kam Ihnen denn der erste Verdacht, dass Ihre Klienten nicht mehr am Leben sein könnten? Die Zweifel, Inspektor Cromwells, verunruhigten mich. Ich habe versucht, die Fäden Ihrer Flucht von Ihrem Ende her aufzurollen. Afrika? Ja, aber der Mord an dem Papierhändler machte mir klar, dass meine Klienten Afrika nie erreicht hatten. Das nächste Glied dieser Kette war der Makler, der die Männer auf das Schiff bringen sollte. Aber als ich schließlich herausbrachte, wer dieser Mann war und als ich ihn befragen wollte, konnte er auch nicht mehr sprechen. Jetzt bleibt mir nur noch mein Kontaktmann in Dartmoor. Ich beschwöre Sie, Sir James. Und dann nehmen Sie etwas. Schicken Sie Ihre Leute hin, bevor ein neues Verbrechen geschieht. In einer dieser Nächte soll Anthony Smith aus dem Zuchthaus entfliehen. Und wer ist Ihr Kontaktmann? Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte ein Zimmer mieten. Für länger? Das weiß ich selbst noch nicht. Vorläufig für eine Nacht. Und wenn ich ein Zimmer haben könnte, mit Blick auf das Moor. Wie Sie wünschen. Ich werde Sie schon richtig unterbringen. Hören Sie meine Schutze ab? Zu dumm, dass Sie einem nicht einmal seine Armbach überlassen. Jetzt wissen Sie, wie spät es ist? Ja. Siebzehn Steine. Wieso hat man dir die Uhr nicht bei der Einlieferung abgenommen? Das ist ja gar nicht meine. Ihr hört ihm auch sehr ritsch hier. Ihr sucht sie schon seit drei Tagen. Aha. Also wie viel Uhr ist es? Zehn vor zehn. Zehn vor zehn. Dann werden Sie in zehn Minuten die Posten wechseln lassen auf dem Garten. Komm. Guten Abend, die Herren. Fletcher, was machen Sie denn hier? Stört dich meine Anwesenheit. Ich habe dich nicht mehr aus den Augen gelassen, seitdem du deine Zelle betreten hast. Warum? Es wäre doch unfair, wenn dir meine 2000 Pfund zur Flucht verhelfen würden und du mich nicht mitnimmst. Das ist ausgeschlossen. Die Ablösung der Post. Wer bezieht jetzt die Wache? Jemand, der dir diese Nachtarbeit in der Waschküche beschafft hat? Geh mir aus dem Weg, Fletcher. Beide oder keine? Lass uns auf den Quatsch. Fängen Sie das Messer weg, Fletcher. Danke, Blitz. Zeit. Nein, ich weiß. Wiedersehen. Alles Gute, Tony. Meine Einladung zum Champagnerfrühstück im Ritz bleibt bestehen, wenn... Hör. Wenn? Bleib im Unterholz, Junge. Aua! Wo ist denn der Zweite? Der Zweite? Wieso, war da noch einer? Sofort bemerkt man die Ausbrecher und schickt einen Trupp ins berüchtigte Quimpenmeyer, den gefährlichsten Flecken von ganz Dartmoor. Und das Moor fordert seine ersten Opfer. Warum bist du denn nicht bei der Frau? Was machst du überhaupt in meinem Arbeitszimmer? Ach so. Gerade verlässt das sinkende Schiff, wie? Ich verschwinde, solange es noch Zeit ist. Das wäre auch für dich besser. Du bleibst hier. Gray hat dich durchschaut. Ach. Hat er dir das am Telefon erzählt? Aber dass du uns beide hintergehst, das hat er noch nicht gemerkt, wie? Aber gib dir keine Mühe. Der Galgen wartet auf dich genauso wie auf mich. Irrtum, lieber Asa. Was Billy mit deiner Frau gemacht hat, weiß ich nicht. Was hier mit den entflohenen Sträflingen geschah, nachdem sie die Ansichtskarten von Anacat unterschrieben haben, hat mich nie interessiert. Die Sache mit dem Papierladen, mit dem Schiffsmakler, hat Billy in deinem Auftrag ausgeführt. Ich habe ihn nur zu dir gebracht. So hast du dir das also gedacht? Glaubst du, ich will hier mit dir in diesem Sumpf leben? Du tust mir weh. Asa, du hast doch genug Geld. Lass uns von hier verschwinden, irgendwo hin, wo uns niemand kennt. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Aber erst muss dieser Smith weg. Der weiß zu viel. Die Frau unten übernehme ich. Geh du zur Köderhütte und hol Billy her. Das ist der Einzige, der gegen mich aussagen kann. Und du natürlich. Ja, Asa, du. Du hast recht. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Denke daran, dass ich von meinem Balkon aus dem Weg zur Köderhütte überblicken kann. Du, ich habe noch nie daneben geschossen. Mr. Smith. Oh, Miss Evelyn. Herr Blitz, ist das ihr Wagen? Nein, gehört meinem Freund. Mr. Smith. Nein, Mr. Krummel. Sieh mal einer an, Miss Evelyn Webster. Darf ich Ihnen einen guten Rat geben? Sie sollen sich nachts hier nicht allein im Moor herumtreiben. Am besten Sie kommen mit uns. Sie wollen doch von hier weg, oder? Stand? Donnerwetter. Das hätte ja bis Südamerika gereicht. Wir fahren allerdings bloß bis London. Und dann werden wir dann eine Weile bleiben. Sie werden doch hier nicht allein weiterlaufen wollen, Miss Evelyn. Ich bin ja nicht Lebensmittel, Inspektor. Außerdem werden Sie sicher eine Kronzeuge brauchen können. Wenn ich nicht so ein überzeugter Junggeselle wäre, dann würde ich Ihnen als Dank für dieses Angebot ein paar hübschere Armbänder verehren als die, die... Die... Mr. Blitz, geben Sie sofort meine Anstände leer. Für Miss Evelyn gebe ich alles. So, jetzt würde ich Ihnen auch einen Rat geben, Inspektor. Wenn Sie nicht zu spät kommen wollen, lassen Sie Ihren Wagen hier stehen. Simmons hat noch nie jemanden verfehlt, den er vor seinem Zielfernrohr hatte. Hier an der Treppe. Ich bin gefesselt. Hast du die Schadenwerfer ausgeschaltet? Ja. Aber wie denn? Das erzähle ich dir später. Dieses Scheusal... Hände weg! Ich habe noch kein Sträfling ungestraft angegriffen. Seitdem er mich damals zum Krüppel geschossen hat, haben das noch alle mit Ihrem... mit Ihrem Leben bezahlt. Vorher mussten Sie mir noch ein ganz hübsches Sümmchen überlassen mit Hilfe des Ehrenwerten, Mr. Gray. Genauso wie Sie jetzt, Mr. Nisch. Sie sind also der Verbindungsmann, Frau Mr. Gray. Bleiben Sie stehen, wo Sie sind! Sie sind ein ganz gefährlicher Bursche, Mr. Nisch. Lassen Sie die Jacke fahren. Da unten sind Sie. Reban, O'Connor, Hartley, alle zwölf. Sie werden gleich der Dreizehnte sein. Der strengste Aufseher, den Darth Maul je hatte. Ein Massenmörder. Ich war immer nur der ausführende Arm der Gerechtigkeit. Aber Sie... Sie sind mein erster Mord. Geben Sie sich keinen falschen Hoffnungen hin, Simmons. Cromwell muss jeden Augenblick hier eintreffen. Wenn Cromwell hier aufkreuzt, findet er nichts weiter vor als den alten Lahn, Simmons. Das Moor hinterlässt keine Spur, Mr. Nisch. Gut, Simmons, wir Sie wollen. Joyce, geh rüber in den Schankreifen. Nein, Tony. Er tötet dich. Das ist gar nicht mal so sicher, Joyce. Mr. Simmons hat bestimmt nichts dagegen, wenn du gehst. Nicht wahr, Simmons? Tut mir leid für Sie, Mr. Traver. Aber Ihr Held zwingt mich dazu, ihn vor Ihren Augen abzuknallen. Vielleicht für Sie, Mr. Nisch. Beinahe hätten Sie mich gehabt. Selbstmord, Exodus, Ende. Hör mal zu. Der Kanal für echte Hörspiel- und Retrofans. Brachte, Heinz Drache, Ingmar Zeisberg, Paul Klinger und Friedrich Schönfelder. Bis zum nächsten Mal.